Ich muss sagen, es ist einer der besondersten Augenblicke in meinem Leben, in meiner Karriere als Musiker, dass hinter mir aus diesem Weinfass Musik von mir erklingt und dass dieser Wein durch die Musik beeinflusst, besonders gut schmeckt. Ja, es ist mehr als sonderbar, wenn man sich behandelt durch Musik. Kann man nicht sagen, muss man probieren einfach, das kann man nicht sagen, das muss man probiert haben. Ich habe ja den noch nicht bescheiden Wein vorher geschmeckt, das ist ein deutlicher Unterschied. Sowohl im Aussehen, in der Farbe, als auch im Geschmack und in allem. Also ich bin nicht beeinflusst von irgendwelchen Suggestionen, sondern mein Geschmack sagt mir das. So wohl sein.